Die K2 Hoppala Jetzt haben wir ja viel rumgedrödelt, erkundet und alles mögliche Jetzt... Na ja, ein Zombie wieder da Na gut, das machen die anderen Okay Machen die schon Ähm Und zwar, ich würde jetzt Doch mal ein wenig schauen, dass wir ein wenig aufs Ende hinarbeiten Hä? Wo ist der Sprengstoff hin? Ich werde doch irgendwelche Sachen zum in die Luft gehen So, und zwar Schrubbflinde kommt mit Die rüsten wir aus Schrubbpatron Alles mit Dann Was war das da? Mündungsbremse Welche Muni brauche ich für das Scharfschützengewehr? Welche Muni brauche ich für das Scharfschützengewehr? Das da, da habe ich bloß 8 Den habe ich auch Den habe ich nicht viel Dann habe ich doch da 2 mit Und die da Habe ich so eine Waffe dabei? Nerd Alert Nerd Alert Habe ich jetzt da noch was im Auto drin gehabt? Ne, die da Hä? Scheiße, habe ich den Sprengstoff jetzt liegen gelassen? Fuck Das wäre nicht gut Ah da, Thermitgranaten Passt, 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 passt Ähm, jetzt haben wir hier 2 Thermitgranaten Dann haben wir Molotow Cocktails haben wir 2 Das ist dann bloß die große Frage Okay Haben wir hier noch irgendwo Benzin Tankwagen Tatmord Lagerhütte Die andere Horde Die meine ich aber nicht Militär Truck Wir fahren jetzt erstmal zum Boah fuck alter Was ist jetzt los? Massig Zombies Wo ist der Dicke? Dahinten Aaaaah Ausrüsten Wir versuchen auf jeden Fall Die Zombie Äh Warte, ist da noch was drin gewesen? Ne Wir versuchen auf jeden Fall jetzt nur ein wenig Sprengstoff zu sammeln Und dann schauen wir, dass ich dann vielleicht noch Die Säugenherzen platt machen kann Au Scheiße So ein Schiff Alter Mach das mal, ich brauch kein Ziel Ich glaub ich lass das da Äh Wo war Heilung? Heilung ist da nicht Da Das ist nämlich auch Oh das ist ein anderes ne Einlagern Das nehm ich mit Das nehm ich mit Da nehm ich eins mit Oder nehm wir zwei mit Hinten dran ist ne Zombie Horde Den haben wir komplett leer gefahren das letzte Mal Wo ist das nächste Ding da unten? Mal schauen wie hart das jetzt wird Die sind so Siegler, also die schaffen das schon Die ganze Zombie heute wegzuhauen Der stört mich aber Der stört mich aber Mir noch an meiner Mutterhaube hin Ist da noch irgendwas? Ne Ist da noch irgendwas? Ne Ach scheiße So Darum Das Auto brauchen wir noch ein bisschen Deswegen schauen wir, dass wir da wenig Platz lassen Äh, dass wir nicht alles über den Haufen fahren Vorne müssen wir dann rechts Was ist das? Es gibt eine Flache-Sombie- hier Ah scheiße Oh da oben Guck mal da ist irgendwo ein dicker alter den müssen wir auf die Entfernung erledigen Oh mein Karrer ist fast im Arsch ne Wo ist die Frage wo ist der Dicke da liegt der rum Ah dahinten kommt er nochmal ein Achso Horde Wieviel Muni habe ich 60 Jetzt machen wir aber für das Zeugenherz drin Ausrüsten Was ich nehmen kann Mehr Muni Oder Wäsche aufschützen Muni Scheiße Das ist da drin So richtig hinstellen Das ist das Das ist das Das ist das Boah scheiße wie viele von der Sorten sind denn da Das ist das 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 Okay das Ding ist im Arsch aber unsere Schub ist dafür schon Warum lädt ihr die noch nach die sie So jetzt kommen wir nochmal zurück Da ist das nächste und nochmal da ist ein Army Naves Da ist so ein Außenposten Und hier die Pumpanlage Militärcheckpoint Da bräuchten wir Militärcheckpoints man Militärische Straßensperre Das ist das 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 Hey there stranger I got an army you wanna hear How about we meet up War das wieder ein Händler da oder so Oh Scheiße. Ne, ist auf jeden Fall die richtige Richtung. Drecksplagen ey. Ich müsste halt irgendwas abreißen, um dafür was zu bauen, wo ich dann meinen Scheiß selber bauen kann. Ah, jetzt hat er das erstmal rausziehen müssen. Okay, das hat ja gar nichts gebracht, weil ich es schon mal durchsucht habe. Das ist die große Frage. Was machen wir jetzt? Ich muss halt wirklich jetzt irgendwas ab... Das kann ich ja sogar von hier aus machen, fällt mir gerade ein. Zerstören. Scheiß aufm Regenkollektor. Werkstatt herstellen. Schauen, dass ich zurückkomme. Ah ja, du mich auch, Alter. Scheiße, alle Scheiße. Was ist hier passiert? Leben alle? Boah, Alter. Da sind ja überall so wandernde Zombies. Äh, Horden voller Zombies rum. Heilen wir uns kurz. Dann wird die Waffe ausgetauscht. Die wird eingelagert. Oh, ich bin gleich wieder da. Ich bin schon wieder da. So, ähm, wie lange dauert das, um das zu bauen? Vier Minuten. Ja gut, da gehen wir halt jetzt dann nochmal schnell raus. Und kloppen die Zombies. Alter, das sind voll die Keule. Was haben wir da noch? Den haben wir noch. Ich würde halt schon gerne den haben, ne? Weil, äh, ich sollte ihn vielleicht nicht zu über beanspruchen. Ah, da ist so Polizeifuzzi. Oh, das ging schnell. Nee. Schauen wir mal, ob wir den jetzt so platt machen können. Kommt ihr Schweine, kommt. Ja, ist offen. Alter! Ja. Ihr seid solche Nerven sehen. Das wird nicht funktionieren. Es ist fast empty. Das ernste Angriffsrisiko ist halt schon ziemlich hoch, ne? Die Moral ist leicht nach oben. Schauen wir, was die zu verhökern haben. Warte mal, zuerst können wir mal schauen. Denen helfen. Was bist du für eine? Warte, 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 warte. Uh, Kirche auf dem Hügel. Wandernder Händler. Sieh nach, was Mars im Angebot hat. Schauen wir erstmal, was die haben. Ah, und don't be a stranger now. Come on in. Der gute Mediziner von Grund, das Problem ist der Infektion halt da. Wenn ihr uns dabei helfen könnt, ist er jetzt rufen, wenn ihr noch Versorgung braucht. Äh. Später, später. Wenn überhaupt, wenn überhaupt. Unser Hauptziel ist jetzt erst einmal Sprengstoff herstellen. Viele Sprengstoff herstellen. Dazu hauen wir jetzt erst einmal das nahe. So, das kann weg, das kann weg, das und das. Oh, sorry, war da noch was? Ne, okay, hört gar nicht alles weg. Du musst noch, es passt schon. Schauen wir mal, dass wir zur Kirche kommen. Dann rehen die Stadt. Dann gibt es auch noch nicht ein paar Sachen. Wir sind unterってgedrückt. Wir zeigen den Zetern, was es zu tun ist! Ich sage das jetzt, schon nie. Yet, noch nicht. Fuck, man, was das so unfair? Ja, da. Wer hat den Bilde abgedacht? Ein weiteres Projekt ist fertig. Great job, Leute. Alter, was kommt noch alles an? Wir gehen jetzt trotzdem erstmal zur Kirche. Wenn ich überlege, wie lange andere bei Folgen gebraucht haben. Ich habe jetzt ja bei Folge 17 aufgenommen. Und andere sind schon bei Folge 18 durch gewesen. Kommt doch, kommt doch. Hey, die Kirche vielleicht besser als Lager, ne? Aber so viel Zeug habe ich nicht, um das zu beanspruchen. Wanderer. 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 Hey, da. Wir haben uns, aber ich bin mit Red Talon. Eine Sache die Menschen haben, die uns für uns haben? Hope. Und disposable funds. Okay, das ist alles, was ihr habt. Scheiße. Ja, aber ist jetzt davon eins oder so? Boah, eins für 300 oder drei für 300? Scheiße, wie viel brauche ich, um das Ding zu übernehmen? Ich glaube, ich muss ja erstmal aufräumen. Alter, bleib doch mal da. Wo ist das Ding zum Übernehmen? Wer weiß, wie viel das kostet, man. Boah, Alter, schreck mich nicht so. Mit passendem Friedhof, wo die Toten wieder aufstehen können. Hey, der war super, der Kirchturm. Ferti, Migra? Ah, warte, da hinten geht's nochmal hin. Hm. Ja, wo kann ich denn das übernehmen? Ah, da ist die Lampe. Ne, aber kann ich das jetzt noch nie beanspruchen, oder wie ist das? Scheiße, wenn ich das wusste, dass die Kirche auch so Platz ist. Da war es nur einer. Warte mal, kann er rein? Oder muss ich warten, bis die weg sind, um das zu übernehmen? Na ja, komm, scheiß drauf, wir nehmen jetzt da die Granaten mit. Oder ich schau mal, ob jetzt eigentlich eine so kostet. Ich hoffe, ich habe einen Traum machen. Interessant? Ja, sicher. Äh, kaufen. Nein, es sind drei. Ja, es sind drei für 300. Ja. Geil, umart man. Was heißt, jetzt geht es wieder zurück? Naja, verpiss dich. Okay, aber die Folge ist jetzt dann auch schon wieder rum. Oh Gott, da drüben ist so ein anderer. Ähm, dann bedanke ich mich jetzt bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Macht's gut und servus.